Dieses Spiel ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Ja, wir hören's schiefen gehen. Nicht mehr ganz hören. Ne. Läuft. Uh, neue Map. Wir starten anscheinend auch alle zusammen. Drei sehe ich auf jeden Fall von uns. Die Map ist auch richtig geil. Und wir leggen bis jetzt nicht. Das ist auch schon mal ganz nett. Oh, das ist die Claudette. Sehr cool. Okay, wir sind alle hier am Start. Und es ist der neue Killer. Jawollah. Egal. Neuer Killer. Egal. Ja, Kaffee-Tante ohne was war belegt. Ja, das wäre natürlich sehr unfair. Oh Gott, da ist er. Ich muss den Screenshot nehmen. Ciao. Lol. Er kommt irgendwie hierher. Oder wie? Oh mein Gott. Ich hatte mich schlauerweise versteckt. Die Claudette hatte leider keine Chance mehr dazu. Okay, ich behalte mal lieber das Sunny-Set mit ihr hier. Die Musik auch, ne? Am geilsten an ihm finde ich einfach die Musik. Oh, es ist Ruin drin. Ja. Ja, wir verkackten die ganze Zeit den Generator hier. Oh. Ich werd sie mal holen gehen. Ich glaub, er hat mich gesehen. Aber es ist nur so ne Vermutung. Oh shit. Ich hab sie. Ich hab sie. Ich hol sie. Ich bin auch da. Wo ist er? Äh, hier rechts irgendwo. Äh, hier rechts irgendwo. Wo ist er sein? Lauf lieber in die andere Richtung. Oh, ich hab ein Totem gefunden. Ich will dieses Totem. Oh. Oh. Hi. Was? Hi? Ja. Oh shit. Ich versteck mich hier heute gut. Mit vollem Versteck-Modus. Aber wir laden hier gleich mal unseren Perk auf. Perk auf, hoff ich doch. Da wär eine Palette. Oh shit. Lauf bei mir vorbei. Oh nein, er läuft hier hinterher, oder? Ja, er will mich halt. Jetzt mal ohne Witz. Kann ich jetzt hier, ne? So. Ich chill jetzt im Schrank. Warte meine paar Sekunden. Er hat mich verloren. Und komm jetzt wieder raus. Mensch. Das lief ja. Ich hab grad ne Schrankreparatur durch, Jessie. Warte mal. Ich wurde grad vom Schrank geheilt. Ich hab grad... Ja. ...kleines Problem. Ja. Oh shit, war das knapp. Oh sorry. Ich hab grad ne harte Auseinandersetzung hier. Hä, wo ist denn? Ich muss jetzt aber auch echt wissen, ne? Werden wir jetzt schon wie lange hinterher? Eine Weile auf jeden Fall. In der Zwischenzeit hab ich mich in den Schrank gestellt und wurde geheilt. Hast du das mitgekriegt? Äh, die Clou Dead sollte hier abhauen. Ja, wieso? Schmier doch ab. Ah, hier ist er denn. Hier geht's grade schlechter als ihr. Also ich sag mal so, ne? Ja. Die Clou Dead stand genau vor ihm und er hat sie nicht gewollt. Oh mein Gott, nicht gut. Oh Gott, jetzt kommt der auch noch hierher. Oh, Jessie. Wie sollen wir dich denn jetzt holen? Wieso? Naja... Na die Clou Dead ist hier. Oh na toll. Gut, dass ich grade runtergesprungen bin. Äh, ne der... der Fluch ist grad aktiv. Das ist grad nicht so geil. Wie man bei Ice mitgekriegt hat. Und ich hab halt keine Ahnung, wo dieses Totem ist. Totem... Kann man eigentlich den Perk mehrfach benutzen? Scheiße. Weiß das jemand? Äh, sorry, ich... Alles gut. Bin nicht mehr so multitasking. Wir wissen, du bist da in deinem Ding. Okay, überhaupt nur so der Schlampe. Ja, weil der immer irgendwie in der Nähe ist, gefühlt so. Ne, wieder falscher Gang. Hä, er war hier zwischendurch oben. Lol. Gut, dass wir gegangen sind. Oh. Uh. Ach ne, er hat den Perk. Er hat den Perk. Der Jen ist automatisch zurückgegangen. Äh, ja, kannst du. Musst halt immer wieder ein Totem zerstören. Sehr cool. Wenn man genug zerstört, so. Wenn man es braucht. Wenn man noch welche hat. Wenn nicht andere die Zonen schon zerstört haben. Dann geht's ja voll klar. Ach ne, ey. Ruin, ey. Ich hätt Ruin. Warum leuchtet... Ich meine immer noch. Warum leuchtet jetzt da oben der Generator eigentlich? Wieso leuchten? Weil mir leuchtet hier oben der Generator. Okay. Also Geld halt, ne? Als wenn ihr mir das Spiel jetzt sagen würdet, dann müsste es ja noch rumlaufen. Ich hab grad voll den Jen verkackt. Ja toll. Ich bin entsetzt. Wie komm ich denn nach oben? Nach hier. Ich hab Angst. Ich versteck mich hier grad mega in der Ecke. Er ist hier oben. Seht ihr? Das ist ja auch eigentlich ein guter Platz für ein Totem. Hm, schade. Wo ist denn das blöde Ding? Oh, ich hab grad so Herz, ne? Ja, anscheinend ist er da ziemlich bei dir in der Nähe. Toll, jetzt weiß ich wieder nicht, wo der andere Jen war. Hat er hier ein Totem verstecken? Das ist auch übelst böse. Ey, das ist ein Labyrinth. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Oh Mann, er hat mich... Oh shit, er hat mich nicht gesehen. Oh mein Gott. Er sucht die Nia. Ja. Hm, macht er da ein Zeichen hin? Na, wieder seinen Popo doch. Ha, ist das ärgerlich, ey. Oh, ey, kann der mal abhauen? Jetzt will er es wissen. Ach Mann ey, Ruin geht mir so auf den Keks. Und auf der Map finden wir das Totem doch nie. Er kommt immer wieder in diesen Raum hier rein. Ich musste wenigstens gucken. Ich musste es wissen. Ey, ich hab ständig Herz, ich dreh durch. Ja, wir sind gerade hier in dem Raum, wo... ...das Portal ist. Wo? In dem Raum, wo das Portal ist. Oh, die Nia, ne? Komm her, ihr. Alter, wie lange wir kein Skillcheck haben. Sehr gut. Ne. Okay. Mach das mal alleine, denn der Rest ist flottet. Sonst wird das hier nie was, glaube ich. Jetzt muss er. Fuck. So, lauf Jessie. Wollt ihr doch nur helfen. Lief, glaube ich, nicht gut. So, ist hier das Totem? Ne. Da war eins, okay. Okay. Zwei wurden auf jeden Fall safe gemacht. Drei wurden gemacht. Boah, es wurden drei Totems gemacht, ne? Und keine Ahnung... Boah, der rennt ja nie aber auch hinterher, ne? Wie sonst was. Oh, lol. Na endlich. Richtig gut. Wollt ich dezent mal jemanden, der mich heilt. Wo bist du denn? Äh... Keine Ahnung. Und so ganz außen. Auch ganz außen, in der Ecke. Mann, der ist ja beständig... Und ich bin da, wo kein Herzschlag ist. Der ist immer irgendwie in meiner Nähe so. Ich könnte flippen, ne? Wo ist der denn jetzt? Oh, shit. Das klingt nicht gut. Es leckt. Oh. Auch nicht gut. Äh? Ich bin doch da hochgelaufen. Oh mein Gott. Kann er nicht... Oh, scheiße. Okay, immerhin sehen wir alle, wo wir sind. Hä? Was war das denn jetzt gerade mit dem Jen? Okay, der ist fertig. Ich hab nicht vertippt. Oh nein, Jessie! Was hast du gemacht? Ich hab aus Versehen... Oh nein! Jetzt hab ich getippt. Also, getappt. Getappt, getappt. Getappt, getappt. Ja, super. Das ist nicht... Nicht... Das sieht hier nicht so gut aus. Vielleicht sollte ich mal woanders hingehen. Ja. Huf, huf, huf. Ähm. Ich versteck mich mal kurz hier. Oh, vor allen Dingen, es sind nur... noch zwei Jens, äh... Der Popokriecher ist wieder unterwegs. Wow, ist aber weit gekrochen. Immer in kleinen Schritten. Mit kleinen Schritten. Oh. So. Eine Runde heilen. Wir tun was sinnvolles. Was ist eigentlich mit dieser Tür da nicht in Ordnung? Was, äh... Du siehst jetzt die... die Spuren von anderen Überlebenden, oder wie? Ne, ich sehe meine eigenen. Warum siehst du die? Ach so. Wenn ich hier... wenn ich hier renne, sehe ich meine Spuren. Warum? Na, weil das praktisch ist, dann weiß ich. Weißt du noch, als ich dich letztens so angebotzt habe? Oh, ja. Das passiert dann nicht, weil du genau siehst, was du für Spuren hinterlässt. Oh, oh. Siehst du, ich weiß jetzt genau, er weiß, dass ich hier bin. Du kannst voll die falsche Pferde legen, ähm. Kann ich tun, ja. Oh. Lauf, kleine Nia! Oh. Oh, hier ist ein... hier ist ein Loch. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich behalte das Loch im Auge. Das Loch im Auge. Wo ich gerne mal sehen würde, wie es aussieht, wenn er rauskommt, aber ich trau mich nicht. Oh. Das sieht knapp hier gerade aus. Ich würde halt gerne zu dem Jen, den ich oben angefangen hatte. Der hat sich so schön safe angefühlt. Möchtest du geheilt... Oh, oh! Oh! Lauf! Oh Gott! Richtiger Leck hier gerade. Hilfe! Ciao! Ich bin mal weg. War schön mit euch. Hä, wo... Ach, hier ging es nach oben. Ich schleiche mich mal. Du, 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 du... So. Was ist... Oh Gott! Hast du dir ins Milukatmet? Oh, da hast du es... Da hast du es gesehen. Ja, ich habe es sehr deutlich gesehen! Er kam da raus. Hat er hier... Das er weiß, dass wir hier sind. Ach nee, äh, er hört ook den Käfig. Ja. LOLL! Eige Scheiße. Der Jen macht halt nichts mehr, ne? Ich dachte, der wäre jetzt hier wenigstens noch am Dune. Alter Vater, ey. Holy. Oh. Ich wollte gerade sagen, er kommt da raus. Das macht sie ja da schon mal ganz gut. Hilfe. Alter, dieses Labyrinth hier, mein Herz, das ist gerade... Hallo? Ich habe Angst. Sehen die mich? Äh, ähm. Ja, geh mal durchs Loch. Ist eine gute Idee. Mach das. Scheiße. Du hast gerade richtig Glück gehabt, ey. Aber er ist immer nie weit weg, ne? Nee, ich spring gleich auch da ins Loch, du. Hilfe. Ihh. Das hört sich ja lecker an. Oh. Oh. Hi. Es hätte ja klappen können. Es war so knapp, aber ich war nur noch ein bisschen zu voreilig. So, aber er wird die Jens nicht verlassen. Deswegen laufe ich hier mal ziemlich bescheiden in diese Richtung. In der Hoffnung... Mit Abstand... Oh Gott, ich dachte gerade, die Türen gehen auf. Das wäre so glücklich gewesen. Das wäre so schön gewesen. Voll aufs Fressbrett. Voll aufs Fressbrett. So, ich darf jetzt keinen Skillcheck verkacken, sonst wird's richtig schlimm. Äh, Kralas. Hi, hi. So. Äh. Hö, hö. Schön hier, ne? Wir genießen mal so ein bisschen die Aussicht so. Du hast alles ganz wunderbar. Hilfe. Das war knapp. So, da ist auch unser Medikit verschwunden. Heißt, der nächste Gang geht wahrscheinlich in den Keller. Er benutzt wieder die Popo-Teleportation. Ah, aber eigentlich auch ganz gut, dass uns die Löcher immer angezeigt werden. Die Map ist klasse. Ja, die Map ist tatsächlich richtig cool. Uh. Hallöchen. Nichts geht über einen schönen Reparaturset. So, dann suchen wir uns mal wieder einen Jen. Ich würde ja gerne den oben nehmen, aber oben haben wir so wenig Ausweichmöglichkeit. Das ist dann wieder ein bisschen ungünstig. Das lag schon wieder voll bei dir. Äh, kann man sich denn euch noch anschließen? An sich schon. Einzige Voraussetzung ist hier eigentlich immer, äh, Mindestalter 18 Jahre. Äh, das Problem ist nur, das ist unsere letzte Runde. Deswegen, äh, lohnt sich das nicht mehr wirklich. Wo ist der denn schon wieder? Ich will es eigentlich nicht wissen, aber... Oh, Keller. Hey. Es wäre so geil, wenn ich jetzt unsere Mitspielerin hier unten finden würde. Würde ich ja ein bisschen lachen. Ja, die ist so wie weg, ne? Naja, die würde es genauso machen wie ich. Hallo. Hallo. Ich fände es so geil, wenn sie hier gut drin wäre. Äh, sollte ich mit meinen fast 29 geschafft haben. Ähm, ja, ich sage das auch immer noch, äh, für alle anderen. Weil die, weil manchmal sind ja auch tatsächlich noch jüngere Zuschauer. Die sich dann hier mit reinschleichen. So. Und dann an der Stelle auch vielen lieben Dank für dein Fondo. So, er hat sie gefunden. Ja, Mensch. Das ist ja gut. Wir haben noch das Sunny-Set am Start. Oh, sie sind in der Nähe. Nicht gut. Ach, hier ist der Jen, den wir angefangen hatten. Ähm, oh. Oh. Nicht gut. Made er nicht gut. Oh, er läuft uns hinterher. Ich höre seine Plumpfüße. Ich höre Plumpfüße. Lol. Was ist er denn für ein Dummbatz? Aber man hat seine Spuren gesehen. Ja. Vor allem, ich habe halt safe an der Palette gewartet. So, da ist schon Jen am Duhn. Ich brauche irgendwo eine Palette. Mit einer Palette fühle ich mich sicherer. Ich bin gerade froh, dass wir dieses Sunny-Set gefunden haben. Andererseits wären wir nicht da gewesen. Ich, ich verstecke mich jetzt einfach erstmal hinter Susi. Sie hat sich auch wieder geheilt. Äh, Saflana, vielen lieben Dank für den Fondo. Äh, schade. Ich lasse uns trotzdem Fondo da. Vielen lieben Dank. Ja, an sich schon. Aber ich hasse das immer, wenn so Runden am Ende so langatmig sind. Das finde ich immer ein bisschen ärgerlich. Vor allem, dieses Sunny-Set reicht auch einfach nur für anderthalb Heilungen, ne? Oh, hier ist ja da so ein Popoloch. Es leuchtet schon so. Ich traue mich auch nicht, das kaputt zu machen, ne? Kann man das kaputt machen? Ja. Ah, okay. Aber die Person weiß dann halt, wo du es kaputt gemacht hast. Und er hat dann auch wieder neue zur Verfügung, um die woanders hinzusetzen. Also lasse ich ihm die lieber die. Oh, da ist er. Pass auf. Lasse ich ihm lieber die, die er sowieso schon hat. Das war sehr mutig gerade, ey. Was? Sich in der Ecke zu verstecken? Das ist ja, ja. Was war denn an der Ecke versteckend mutig? Ja, weil du bist so hell und er hätte dich safe gesehen, glaube, oder? Naja, aber er war ja nicht da. Ich frage mich sowieso, was er hier macht. Aber ich glaube, er lässt langsam die Gents in Ruhe, weil er merkt, wir sind da eh nicht. Oh, Luke. Alter, ich brauche einen scheiß Schlüssel. Warum haben wir keinen Schlüssel? Luke. Ich schille jetzt den Rest des Tages hier. Und beobachte diese wunderbare Luke. LOL. Wie sie auch schon die Luke gefunden hat. Ey, Claudette, falsche Richtung. Lass mal da lang drin. Lass mal, Claudette. Scheiße. Stehen wir jetzt alle nur noch an der Luke? Wahrscheinlich die ganze Zeit schon an der Luke. Ja, ich vermute es mal auch hart. So, er hat keinen Bock mehr. Er will jetzt einen unbedingt. Kann ich voll verstehen. Ich hätte auch keine Lust mehr. Ich hasse das auch so extrem, wenn die sich dann da ewig nicht einig wären. Oh, lol. Spring. Gott. Mach doch sowas nicht. Richtig schlimm. Jetzt geht es auch hier richtig um die Wurst, ne? Entweder du oder sie. Ja, das ist halt das Problem. Vor allen Dingen, er ist schon wieder reingehauen, kann das sein? Och, Mann, ey. Und hier ist doch bestimmt kein Totem mehr auf der Map. Okay, wir machen jetzt erstmal das Sunny-Set soweit noch, äh, Flair. Sind wir aber auch nicht weiter. Ein Totem wäre jetzt richtig geil. Aber hier ist ja keins mehr. Hier waren wir jetzt schon dreimal in dem Raum. Wir hatten sowieso vier Safe zerstört. Jetzt hier noch das eine Übrige zu finden, ist ja, wenn, wie ein Sechser im Lotto. Und wie gesagt, ich bezweifle, dass es überhaupt existiert. Ich würde sagen, ich habe die ganze Zeit keins gesehen. Oh, Küste. Nee. Ach, Menno. Och, jetzt ist der hier schon wieder am Laufen. Aber, aber wir können uns beide nicht mehr heilen, ne? Das ist momentan unser einziger Vorteil. Oh Gott, jetzt ist der hier schon wieder irgendwo. Da ist sie gewesen, hinter dir. Oh, habe ich nicht gesehen. Oh, da ist sie ja. Oh, da ist er wieder. Oh. Gut, dass er nicht so der Schranktyp ist. Ey, du hast so Glück, ne? Er geht wieder durch sein Loch. Ich fange jetzt hier zum zehnten Mal den Jen an. Mein Gott, ich habe jetzt eine tolle Kiste. Ich hoffe, er kommt so schnell nicht wieder. Oh, jetzt hat er sie wieder gefunden. So ein Ärger. Vor allem ist auch wieder so eine richtige Kettensägenfalle hier. Oh Gott, wo ist er jetzt wieder hin? Oh Gott, wo ist er jetzt wieder hin? Das ist eigentlich voll so eine Never-Ending-Story einfach. Wenn er jetzt einfach lang genug weg bleibt, kriege ich den Jen durch. Aber ich glaube, er bleibt nicht lang genug weg. Weil mit der Kiste sind wir wenigstens halbwegs schnell. Hilfe. Panik. Wenn der uns gleich kriegt, ne? Ich kriege die Krise. Ach, der kommt doch. Er ist da. Oh, oh. Oh, scheiße. Boah. Shit. Nee, der hat nicht unendlich Portale, oder? Nee, nee. Sechs bis sieben oder acht, glaube ich, höchstens. Na, wie die Hexe, ne? So in dem Dreh, glaube ich. Mhm. Oh, bitte lass ihn oben gerade suchen. Bitte lass ihn oben gerade suchen. Oh, shit. Oh, er sucht oben nicht. Mayday, er sucht oben nicht. Oh mein Gott, er sucht oben nicht. Er sucht nicht. Er sucht nicht. Er sucht nicht. So eine Scheiße, er sucht nicht. Bin ich? Ich bin jetzt in dem Kackbüro. Oh Gott, ja. Er will unbedingt, dass der Jen nicht funktioniert. Leu. Oh Gott, der braucht ja noch viel länger hier. So ein Ärger. Huh. Huh. Was? Ich luke eine Weile schon aus dem Bettchen heraus. Oh. Oh mein Gott. Musst du eigentlich morgen arbeiten? Vivi? Äh, wenn eins zerstört ist, lädt sich das wieder auf? Ja, ja, ne? Hast du ja schon gesagt, irgendwie so. Wie, wenn eins zerstört ist? Ach so, ja. Wenn du eins kaputt machst, dann hat er dir ein neues. Er hat die dann wieder verfügbar, ja. Brennt er hier oben rum? Naja. Oh Gott. Oh wow. Immer so mega knapp einfach. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße. Oh mein Gott, lauf. Jetzt, jetzt hat er keinen Bock mehr. Oh mein Gott, er bin ich erschrocken. Du bleibst immer wieder in die Arme. Oh mein Gott, sie ist da hinten. So ein Mist. Ah. Oh mein Gott, beide Gents sind fast fertig, ey. Ist das ärgerlich. Oh nein, ey. Gingst du schon? Ich glaub nicht. Nee. Ey, du hast so ein Glyph, ne? Die Runde ist ja... Hammer. Boah, wie lange geht die schon wieder? Ey, keiner. Das heißt nicht ihr Ernst, dass sie sich da hinten versteckt, oder? Da kommen mich jetzt hier... Wow. Lauf. Lauf schneller. Und lauf ja zu mir. Sie läuft nicht zu mir. Ach du Scheiße. 54 Verspätung, ey. Wow. Ich wär auch mega angetrisst. Komm schon, Claudette. Versuch's. So was für ein Feierabend, ne? Oh Gott, nein. Ja, Alter, ich mach's jetzt direkt vor ihm. Hier, ich spring dir ins Gesicht. Ich mach das. Aber was für eine gute Runde, ne? Also von Killer wie auch von uns, wie ich finde. Wir haben das echt nochmal gut durchgezogen. Ja. Lol, er kommt an sie nicht ran. Das ist ja lustig. Ich bin schon wieder lustiger, als es sein müsste, aber... Ja, heul doch. Kriegst gleich wieder bei mir die Kette um, du. Unfassbar. Die Klo-Dead, Alter. Das war ein gutes Recht, genau. Recht hier zu struggeln. Ah, wie herrlich. Oh mein Gott, das war so knapp. Wie traurig. Du hättest einfach oben bleiben sollen, den Jen weiter machen sollen. Er war ja unten. Ja. Weil man erkennt halt nicht, von wo der Terror kommt, ne? Ja, ist halt wie auf der Dings-Map. Ja. Schwierig einzuschätzen. Scheiße. Aber ich hatte das Gefühl, er war auch zwischendurch nach oben gelaufen. Meinst du? Weiß ich nicht. Das hat sich so angehört, ja. Es war auf einmal viel lauter gewesen. Aber gut, er war dann auch schnell wieder unten. Also, ich wollte gerade sagen, wenn das jetzt hier keine zwei Pips gebracht hat, dann weiß ich auch nicht, Alter. Ey, wie viele Punkte hast du gemacht? Keine Ahnung. Finn war gleich raus. Äh, 24. Dafür, dass ich nicht entkommen bin, eigentlich ganz gut. Nicht schlecht. Aber auch hier von den anderen war ja jetzt auch nicht übel. Naja gut. Jessie, ein bisschen abgeschieden. Ja, ich hab, Mann, ich hab vorhin voll irgendwie, hast du, also hier die... Ja, das war richtig ärgerlich, ey. Ich weiß noch, wie ich kommen wollte und dann war es einfach zu spät. Ich hab, Mann, ich hab, Mann.